Damit ist niemandem geholfen gerade, wirklich gar niemandem, egal wer es gerade ist, ob das ein Politiker ist, ob das ein Bankchef ist, ob das irgendjemand anders ist, den wir gerade wirklich als dunkel empfinden. Es hilft nicht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, es hilft nur, das Licht anzuknipsen. Hi, ich bin Peri Soilu und du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Hi, ich freue mich wirklich riesig, dass wir heute hier wieder zusammenfinden für eine neue Folge vom Happy Cool Love Podcast. Wir sind bei Folge 226 und wir gehen wieder gemeinsam auf eine kleine Reise mit unserem guten Freund Ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ja ein Training für unseren Geist, dass wir dieses dominante Denksystem, welches auf dem Ego beruht und das Ego steht vor Angst und Mangel und Schrecken und Trennung. Und ein Kurs im Wundern hilft uns dabei, dieses Denksystem zu hinterfragen, es immer wieder zu erkennen und es sukzessive abzulegen und mit unserem natürlichen Denksystem, ein Denksystem, welches höher angesetzt ist, einem geistig vollkommenen Denksystem, will ich jetzt mal sagen, zu ersetzen. Und dieses Denksystem beruht auf der Liebe, auf dem, was wir in Wahrheit sind. Weil wir wurden von einer Quelle erschaffen, die in Wahrheit energetisch Liebe ist und uns Licht sendet. Wir haben es nur kurz vergessen hier in dieser menschlichen Erfahrung und machen deshalb oft eine schmerzliche menschliche Erfahrung. Aber ein Kurs im Wundern sagt, hey, wenn du willst, wenn du mich dazu einlädst, dann kann ich dir zeigen, wie dein Ego dich quält und wie du das immer wieder ablegen kannst, mithilfe der Vergebung, um eine neue Perspektive, eine liebevolle Perspektive, eine lichterfüllte Perspektive zu wählen. Und das ist ein Wunder. Ein Wunder ist deine Perspektivverschiebung von dieser Ego-Denkvariante zu einer lichterfüllten Denkvariante. Und das ist, was ein Kurs im Wundern uns immer wieder versucht, näher zu bringen. Dieses Werk nutzen wir hier im Happy Cool Love Podcast, um uns die Welt in der Tiefe zu erklären. Und heute wollen wir nochmal einen kleinen Abstecher dorthin machen, dass die Welt tatsächlich, wenn man sie in dieser Gesamtsituation wahrnimmt, auf dieser menschlichen Ebene echt chaotisch wirkt gerade. Und das ist, was das Ego tut. Es gibt uns Chaos, wenn wir nicht achtsam sind mit unserem Geist, weil alle Macht ist dir gegeben, entweder das Chaos zu wählen und das Chaos zu füttern oder die Liebe zu wählen und den Frieden zu füttern. Aber es beginnt alles in uns. Und wenn wir unseren Geist nicht disziplinieren, lehrt uns ein Kurs im Wundern, dann hat das Ego ziemlich leichtes Spiel mit uns. Und deshalb sind wir auch immer wieder hier, um uns gegenseitig zu erinnern, wie wir dieses lichtvolle System wählen, wie wir dieses lichtvolle Denksystem wählen. Und heute wollen wir uns nochmal daran erinnern, dass egal, wie chaotisch es wirkt im Außen, egal, wie viel Leid und Schrecken uns das Ego präsentiert, diese Form überhaupt nicht wichtig ist, sondern der Inhalt. Weil egal, welches Chaos wir im Außen sehen, egal, wie sich das präsentiert, es dient uns gleichermaßen gut für unsere Bewusstwerdung. Und eine Lektion, die uns dahingehend immer wieder erinnert, ist die Lektion 193. Ich glaube, die 193 haben wir hier im Podcast auch schon einige Male besucht. Aber irgendwie habe ich heute das Gefühl, dass uns das nicht schaden würde, dort nochmal reinzulesen und uns zu erinnern, dass die Form egal ist. Und ich glaube wirklich, hier waren wir schon ein paar Mal, dass im Grunde genommen alle Dinge Lektionen sind, von denen Gott möchte, dass wir sie lernen. Gott ist die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat. Das ist, wie ein Kurs in Wundern die Quelle benennt, die uns erschaffen hat, die wirklich nur Gutes für uns will. Wir haben es wirklich nur kurz vergessen, weil wir dem Ego zu viel Glauben schenken. Aber bevor wir in die Tiefe gehen mit dieser Folge, möchte ich dich noch kurz auf einige Dinge hinweisen. Komm doch gern bei Spotify oder Apple Podcasts vorbei, um diesen Podcast hier für mich zu bewerten, weil je mehr Bewertungen, desto eher finden auch andere Menschen diesen Podcast und können so wie du gerade vom Inhalt profitieren. Und wenn du Lust hast, die Produktion vom Happy Cool Love Podcast zu unterstützen, weil wirklich auch diese Produktion ist nicht selbstverständlich. Wir denken immer, Podcasts passieren und die werden für immer bleiben, aber wirklich nichts ist selbstverständlich. Also wenn du das auch so empfindest, dann komm doch gern bei mir auf der Webseite vorbei und unterstütze den Podcast unter www.happycoollove.de findest du den Unterpunkt Support und dort gibt es alle Infos darüber, wie du mich unterstützen kannst, wenn du es im Herzen so verspürst. Außerdem lesen wir immer gemeinsam am Mittwochabend im Textbuch von deinem Kurs in Wundern auf Clubhouse im Raum Wunderwerk. Wir sind tatsächlich immer noch in Kapitel 7, also komm gern vorbei, wir freuen uns auf dich. Das waren die Ansagen. Ich danke dir sehr für deine Geduld. Jetzt geht es wieder weiter mit dem eigentlichen Inhalt der heutigen Folge. Wir wollen zusammen nochmal schauen, wie wir, wenn uns Chaos auf dieser menschlichen Ebene begegnet, wie wir am besten damit umgehen können, was uns ein Kurs in Wundern immer wieder zu diesen Momenten sagt, zu der Form sagt, egal wie sie sich uns präsentiert. Denn ich weiß, dass unsere menschliche Version, wenn sie Chaos wahrnimmt, wenn sie Chaos sieht, oft genug zuerst dorthin geht, dass es was Schlechtes bedeuten muss. Weil wir können in dieser menschlichen Version, in dieser begrenzten Art, die Welt wahrzunehmen, überhaupt nicht erfassen, wozu etwas gut ist. Ich glaube aber, dass Chaos, auch wenn es auf menschlicher Ebene wirklich auch sich ungemütlich anfühlt, auf einer höheren Ebene nicht das Gleiche bedeutet, wie wir es wahrnehmen. Es muss nicht gleich was Schlechtes sein. Ein Kurs in Wundern lehrt uns ja nicht umsonst, dass es keine Zufälle gibt. Alles, was wir wahrnehmen, dient uns gleichermaßen gut für unsere Klärung, für unsere Bewusstwerdung, für die Vergebung. Und dorthin geht die Lektion 193 mit uns und dort lesen wir auch gleich ein bisschen. Denn diese Lektion sagt uns, dass egal welche Dunkelheit und wie bedrohlich sie wirken mag auf menschlicher Ebene, dass diese Situation, das, was wir gerade erblicken, immer nur einen Inhalt für uns parat hält. Manchmal denke ich, wenn ich unsere Menschheitssituation gerade so ansehe, wenn ich beobachte, und das ist, woran ich dich auch immer wieder erinnern will, wir müssen uns nicht immer dort in diesen chaotischen Strudel hineinziehen lassen. Wir können auch sagen, hey, heute ist der Tag, wo ich mich darin übe, zu beobachten. Ich atme, ich beobachte, ich weiß, dass diese menschliche Erfahrung nicht die absolute Wahrheit ist. Ich weiß, ich habe mich als Seele hierfür eingeschrieben. Ich wollte hier dabei sein. Ich wollte bei dieser Transformation, bei dieser kollektiven Transformation dabei sein. Ich habe hier eine wichtige Aufgabe. Mein Teil ist wichtig in Gottes Heilsplan und ich beobachte, weil ich weiß, die Form ist nicht wichtig, der Inhalt ist wichtig. Die Form fordert mich einfach nur dazu auf, immer wieder eine höhere Perspektive zu wählen und immer wieder zu wissen, dass egal, welche menschlichen Gesetze hier zu greifen scheinen, nur Gottes Gesetze tatsächlich relevant sind. Und ich denke manchmal, dass es vielleicht vielerorts auch gerade so turbulent ist und vielleicht Banken wackeln, Frankreich wackelt, Deutschland wackelt, alles Mögliche wackelt, weil wir uns es nicht mehr leisten können, ab und zu das Licht zu wählen, ab und zu uns an die Wahrheit zu erinnern, ab und zu unseren Geist zu disziplinieren. Wir sind gerade wirklich vor allem als Schüler und Schülerinnen von Ein Kurs in Wundern dazu aufgerufen, sehr viel wachsamer mit unserem Geist zu sein. Wir erreichen ja so wenig, lehrt uns Ein Kurs in Wundern, weil wir viel zu kulant mit unserem Geist sind. Ach, ich kann ja übermorgen aufhören, irgendjemanden zu verurteilen oder mir einen Witz über jemanden zu erlauben oder sarkastisch zu sein. All das ist Groll und Groll verhindert, dass das Licht, was du in Wahrheit bist, durch dich scheinen kann und du dazu beiträgst, dass Frieden auf dieser Welt ist anstelle von Chaos. Also für mich ist diese Außensituation als eine Schülerin von Ein Kurs in Wundern die Aufforderung an mich, noch disziplinierter zu sein, noch genauer hinzuschauen, was das Ego mir füttert und ob ich das einfach annehmen will oder lieber in die Beobachterrolle gehe, weil das Ego will mir sagen, dass meine Wahrheit Dunkelheit ist. Das Ego sagt, deine Wahrheit ist Dunkelheit, Peri, versuch es gar nicht dagegen anzukämpfen, du wirst es eh nicht schaffen, bleib in meiner Komfortzone, dort ist es sicher, auch wenn es weh tut, bleib hier bei mir, hier weißt du, was du bekommst. Meine Aufgabe ist immer wieder zu sagen, nein, Ego, ich glaube dir nicht. Ich weiß, dass es einen anderen Weg gibt und ich wähle das Licht. Weil das Licht zu wählen ist ja auch zuerst immer wieder an etwas zu glauben, in etwas zu vertrauen, was zuerst nicht so überzeugend ist wie unsere fünf Sinne des Körpers. Und der Körper steht ja auch für die Trennung, ist ja auch ein Ego-Symbol und wir sind viel trainierter darin, diese fünf Sinne als unsere Wahrheit zu interpretieren, als diese leise, ruhige, friedliche Stimme in uns, die uns führen kann, wenn wir es zulassen. Ich denke in letzter Zeit auch immer wieder an dieses Zitat von Anaïs Nin. Ich glaube, so wird ihr Name ausgesprochen und das Zitat lautet Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzvoller wurde, als das Risiko zu blühen. Und ich glaube wirklich, als Menschheit befinden wir uns an diesem Punkt. Es wird immer schwieriger, in der Knospe zu verharren, in dieser Enge des Ego, in dieser Beschränktheit des Bewusstseins und wir müssen die Angst vor der Angst überwinden, dass wir, wenn wir erblühen, wenn wir lichtvoll sind, es unkontrollierbar ist. Wir nicht wissen, was passiert. Vielleicht, ganz vielleicht, ist das, wo es uns besser geht, wo wir freier sind, wo wir friedlicher sind, wo wir einen glücklichen Traum leben. Das Ego möchte uns ja, wie eben gerade auch schon erwähnt, einreden, dass wir in dieser Knospe, in dieser Enge, in dieser Beschränktheit sicherer sind, als in etwas, was wir noch nicht greifen können, noch nicht erfassen können, noch nicht kontrollieren können. Das Ego gibt uns ja immer diesen Trugschluss von Kontrolle. Aber wenn man die Außenwelt im Großen und Ganzen so betrachtet, merkt man, dieser Trugschluss löst sich so langsam in Luft auf. Das Ego und seine Art, diese alte Welt und ihre Kontrollmechanismen, die implodieren, explodieren gerade, ich weiß es nicht, sie sind jedenfalls nicht mehr in der Lage, uns zu verklickern, dass sie Sicherheit repräsentieren. Das hat eine gute Bewandtnis. Weil wenn du endlich merkst, dass diese äußerliche Sicherheit, die dir das Ego verkauft hat, wackelt, dass sie an allen Nähten und Enden einfach nicht mehr zusammenhalten kann, weil sie auf Sand gebaut war, hast du nur noch einen Ort, um Sicherheit zu haben. Und das ist in dir. Weil wenn alles im Außen wackelt, wohin willst du dich denn noch, wo willst du dich denn noch festklammern, um Sicherheit zu haben? Es ist so, als wenn uns alles im Außen genommen wird, was wir früher oder was uns das Ego-Denksystem als sicher definiert hat, damit wir keine Chance mehr haben, außer nach innen zu gehen. Ich glaube ja auch, dass der Kurs uns nicht gefunden hat, weil wir dachten, oh, das Leben ist so happy und ich habe überhaupt keine Sorgen und mir tut überhaupt nichts weh, sondern genau das Gegenteil. Wir hatten schon vielleicht ein paar Jahre früher für uns verstanden und erkannt, dass das Leben und die Sicherheit, welche uns das Ego anbietet, nur ein Trugschluss ist. Für uns hat diese Welt schon früher gewackelt. Und ich glaube, so langsam schwappt diese Welle und ergreift immer mehr Menschen, ergreift immer mehr Brüder. Und immer mehr von uns haben die Chance zu sagen, okay, halt, stopp, wenn das Außen so gefährlich ist, wenn meine menschliche Erfahrung sich so unstet anfühlt, wohin kann ich denn noch gehen, um etwas wie Stetigkeit und Sicherheit und Liebe und Frieden zu empfinden? Es geht dann nur noch der Weg nach innen. Hoffentlich. Das ist zumindest meine Annahme. Und wenn wir uns dann endlich trauen, zu blühen, werden wir verstehen, dass das Ego Unrecht hatte, weil das Ego immer Unrecht hat, lehrt uns der Kurs. Wir können diese menschliche Erfahrung einfach nicht mehr aus dieser rein menschlichen Perspektive betrachten und weiterhin unsere vermeintliche Sicherheit daraus ziehen. Und so ganz langsam, ganz langsam, so diese Welle ergreift immer mehr Menschen, fällt es immer mehr Menschen auf, dass dort keine Sicherheit zu finden ist. Das ist im Außen, im Ego-Denksystem, in der Ego-Welt, rein auf dieser menschlichen Perspektive, wenn ich mich mit einem Körper verwechsel, ich mich nie wirklich sicher fühlen kann. Es ist nicht möglich. Es ist immer nur ein Trugschluss, etwas, was so wirkt für eine Weile, als wäre es Sicherheit und dann fängt es wieder an zu wackeln. Unser Haus ist auf Sand gebaut. Und es ist wirklich immer klarer für mich, dass diese Ego-Scheinwelt, die vermeintlich sicher ist, nicht mehr so glitzert für uns, nicht mehr so glitzert für viele von uns. Und wenn wir nicht diese Seelenperspektive wählen, um unsere wahre Sicherheit wieder anzuerkennen, weil dort waren wir, sind kurz ins Ego gegangen und dort hingehen wir wieder zurück. Zu verstehen, was wahre Sicherheit ist, wird das Leben immer dunkel und chaotisch für uns sein. Wir lesen jetzt nochmal gemeinsam ein bisschen in Lektion 193, die ja den Titel trägt, Alle Dinge sind Lektionen, die Gott mich lernen lassen möchte. Gott kennt kein Lernen und doch dehnt sich sein Wille insofern auf das aus, was er nicht versteht, als er will, dass das Glück, welches sein Sohn von ihm geerbt hat, ungestört sei, dass es ewig sei und an Ausmaß immer weiter wachse, dass es sich erweitere auf ewig in der Freude voller Schöpfung, auf ewig offen und gänzlich grenzenlos in ihm. Das ist sein Wille. Und so stellt sein Wille die Mittel zur Verfügung, um dafür zu bürgen, dass er geschehe. Gott sieht keine Widersprüche, sein Sohn jedoch glaubt sie zu sehen. Deshalb braucht er einen, der seine irrige Sicht berichtigen und ihm die Schau verleihen kann, die ihn dahin zurückführt, wo die Wahrnehmung aufhört. Gott nimmt überhaupt nicht wahr. Dennoch ist er es, der die Mittel gibt, durch welche die Wahrnehmung wahr und schön genug gemacht wird, damit das Licht des Himmels auf sie leuchte. Er ist es, der Antwort gibt auf das, dem sein Sohn widerspricht und der dessen Sündenlosigkeit auf ewig sicher bewahrt. Dies sind die Lektionen, von denen Gott möchte, dass du sie lernst. Sein Wille spiegelt sie alle wieder und sie spiegeln seine liebende Güte für den Sohn, den er liebt. Jede Lektion hat einen zentralen Gedanken, der in allen derselbe ist. Also egal, welches Chaos wir im Außen sehen, die Lektion ist und bleibt dieselbe. Lass dich vom Ego nicht irgendwie verwirren darüber, dass eine andere Lektion in etwas mehr Chaotischem steckt, als in etwas weniger Chaotischem. Alle Lektionen bleiben gleich. Alle Dinge haben die gleiche Lektion. Jedes Chaos hat die gleiche Lektion für uns. Ich lese mal weiter. Nur die Form verändert sich mit verschiedenen Umständen und Ereignissen, mit verschiedenen Charakteren und verschiedenen Themen, die augenscheinlich sind und doch nicht wirklich. Dieses Chaos ist nicht die absolute Wahrheit. Natürlich dürfen wir in dieser menschlichen Version Entscheidungen fällen, Dinge sagen oder wissen, dass sie nicht zu sagen sind, eine Situation so lösen oder so lösen. Natürlich haben wir eine Art von Idee, wie wir die Vergebung anwenden, um eine Situation zu klären, aber dennoch unterscheidet sich der Inhalt nicht und dennoch unterscheidet sich die Aufgabe auf einer höheren Ebene nicht. Ich lese mal weiter, damit wir wissen, was unsere Aufgabe ist. In ihrem grundlegenden Inhalt sind sie dasselbe. Es ist dieser. Vergib und du wirst dieses anders sehen. Immer jede Lektion gibt uns die Möglichkeit zu vergeben, wahrzunehmen, dass diese menschliche Ebene nicht die absolute Wahrheit ist, sondern eine höhere geistige Ebene und dass wir mit diesem Gewahrsein diese Situation neu betrachten, im Licht betrachten, so dass sie uns keine Angst mehr macht, so dass wir wieder Vertrauen gewinnen, so dass wir wieder wissen, es gibt eine höhere Perspektive, eine höhere Antwort auf diese Situation und auch wenn ich sie gleich nicht verstehe oder zu artikulieren weiß, ich vertraue. Weil Vertrauen ist bestimmt sehr viel schöner und sehr viel friedvoller für dich als Angst oder als dich von diesem Chaos mitreißen lassen oder dass du weißt, dass es höhere Gesetze gibt, dass du dich immer wieder daran erinnerst, es gibt keine Gesetze außer den Gesetzen Gottes. Was hier passiert, ist auf menschlicher Ebene da, aber auf einer höheren Ebene neu zu betrachten für mich, damit ich mich nicht daran festklammere, damit ich nicht dem Ego auf den Lein gehe, das mir jetzt sagt, ich muss Groll hegen, weil Groll verdeckt dein Licht und damit kannst du diese höhere Ebene für dich nicht zugänglich machen. Vergib, ich lese mal ein Stück weiter, vergib und du wirst dieses anders sehen. Dies sind die Worte, die der Heilige Geist in all deiner Drangssaal, all deinem Schmerz und all deinem Leid spricht, ungeachtet dessen Form. Dies sind die Worte, mit denen die Versuchung endet und die Schuld, nun aufgegeben, nicht mehr verehrt wird. Das sind die Worte, die dem Traum der Sünde ein Ende setzen und den Geist von Angst befreien. Dies sind die Worte, durch welche die Erlösung zu aller Welt kommt. Gott möchte nicht, dass du so leidest. Diesen Satz finde ich so wunderschön. Also wiederholen wir ihn. Gott möchte nicht, dass du so leidest. Er möchte dir helfen, dir selbst zu vergeben. Und das ist letztendlich, was unsere Aufgabe ist. Unser Bruder, auf den wir projizieren, ist nur so eine Art Hilfsutensil, will ich mal sagen, um tatsächlich immer nur uns selbst zu vergeben. Weil wo passiert denn die Fehlleitung im Geist bei dir? Und wo muss sie wieder aufgehoben werden? Bei dir. Wir vergeben letztendlich immer nur uns selbst. Ich lese mal weiter. Sein Sohn, also alle Menschen, die hier gerade sind und in Wahrheit Seelen sind und eine menschliche Erfahrung machen, sind insgesamt der Sohn Gottes. Sein Sohn erinnert sich nicht, wer er ist. Und Gott möchte, dass er seine Liebe nicht vergisst und all die Gaben, die seine Liebe mit sich bringt. Möchtest du jetzt auf deine eigene Erlösung verzichten? Möchtest du es unterlassen, die einfachen Lektionen zu lernen, die der Lehrer des Himmels dir vorlegt, damit aller Schmerz verschwinden und Gott von seinem Sohn erinnert werden möge? Alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass du sie lernst. Wir wollen heute versuchen, tausend scheinbare Hindernisse für den Frieden in nur einem Tag zu überwinden. Lass die Barmherzigkeit schneller zu dir kommen. Versuche nicht, sie noch einen Tag, noch eine Minute oder noch einen Augenblick länger abzuwehren. Dafür wurde die Zeit gemacht. Verwende sie heute für das, was ihr Sinn und Zweck ist. Gib alles, was du kannst und gib ein wenig mehr. Denn jetzt wollen wir uns geschwind aufmachen, um zum Haus unseres Vaters zu gehen. Wir sind zu lange fortgewiesen und wollen hier nicht länger mehr verweilen. Während wir üben, lass uns auch an alle Dinge denken, die wir aufgespart hatten, um sie allein zu regeln und die wir von der Heilung ferngehalten haben. Wir wollen sie alle ihm übergeben, der weiß, auf welche Weise er sie sehen muss. ihm und er in diesem Satz, das ist der Heilige Geist, das ist unser Lehrer, laut ein Kurs in Wundern, der uns helfen kann, die Dunkelheit für uns wieder in Licht zu übersetzen. Ich lese mal weiter. Wir wollen sie alle ihm übergeben, der weiß, auf welche Weise er sie sehen muss, damit sie verschwinden. Wahrheit ist seine Botschaft, Wahrheit seine Lehre. Sein sind die Lektionen, von denen Gott möchte, dass wir sie lernen. Das ist die Lektion, von der Gott möchte, dass du sie lernst. Es gibt einen Weg, auf alles so zu schauen, also auf alles, was wir als chaotisch empfinden, egal wie chaotisch es wirken mag. Ich lese mal nochmal weiter. Es gibt einen Weg, auf alles so zu schauen, dass es zu einem weiteren Schritt zu ihm, also zu Gott hin wird und zur Erlösung der Welt. Antworte auf alles, was von Schrecken kündet, auf diese Weise. Ich will vergeben und dieses wird verschwinden. Jeder Befürchtung, jeder Sorge und jeder Form des Leidens gegenüber wiederhole eben diese Worte. Und dann hältst du den Schlüssel in Händen, der des Himmels Pforte öffnet und die Liebe Gottes, des Vaters, endlich auf die Erde niederbringt, um sie zum Himmel empor zu heben. Gott wird diesen letzten Schritt selber tun. Verweigere die kleinen Schritte nicht, die er dich bittet, auf ihn zuzugehen. So, heute habe ich wirklich mal mir die Zeit genommen und ziemlich viel aus der Lektion 193 hier für uns festgehalten, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir uns erinnern, dass egal, wie chaotisch irgendetwas im Außen, auf dieser menschlichen Ebene scheinen mag, es ist nur Schein. Wir haben immer, wir haben immer nur, und das ist das Einfache an der Wahrheit, wir haben trotzdem immer nur diese eine Einladung, uns selbst zu vergeben. Mehr nicht. Das Ego sagt dir, oh mein Gott, es ist dunkel, es ist gruselig, es ist grausam, es ist schlimm. Wir haben eine Komplexität an Lösungen, an Wegen, wie wir diese Grausamkeit wieder aufheben können und dann schickt dich das Ego auf tausend Reisen, die eh nie erfüllbar sind und dein Kurs im Wundern sagt, sei nicht so beeindruckt von dem größeren Chaos. Es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern. Nur auf dieser menschlichen Ebene haben wir diese Kategorien von, das ist ein kleines Chaos, das ist ein größeres Chaos, das ist ein extremes Chaos und das ist Chaos pur. Das machen wir als Menschen. Die höhere Ebene hat nur eine Lösung dafür. Vergeben, vergeben und nochmal vergeben. Und ja, manchmal ist es schwierig für uns zu erfassen, was heißt vergeben eigentlich, aber darin liegt unsere Übung immer wieder zu verstehen. Vergebung heißt, dass ich verstehe, dass das, was auf menschlicher Ebene passiert ist, in Wahrheit gar nicht passiert ist, weil es eine geistige Ebene zu all den Ereignissen gibt und die ist meine Wahrheit und die bringe ich hier mit rein, um mich von den Fesseln des Ego und von dem Fesseln dieses Chaos zu befreien. Und dann schaue ich da nochmal drauf und dann sehe ich, dass es einfach eine größere Perspektive gibt. Ich ziehe diese Linse meiner Wahrnehmung auf, 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 auf. Ich habe letztens in der Meditation auch für mich gehört, Vergebung heißt, dass ich meine Seele wieder als meine Wahrheit annehme. Nicht diese menschliche Erfahrung. Ich gehe höher. Meine Seele ist meine Wahrheit. Und die nutze ich, um diese menschliche Erfahrung zu haben und nicht andersrum. Nicht Mensch ist meine Wahrheit und ich nutze dieses Konzept von Seele, damit ich mich vielleicht weniger in der Angst befinde, wenn ich sterbe. Ja, das ist das, was wir die meiste Zeit gemacht haben und gelernt haben. Und ich verstehe für mich auch, dass Vergebung bedeutet, dass ich immer mehr zulasse, dass ich eine Seele bin. dass das meine Wahrheit wird, dass das meine Perspektive auf alles wird. Wir dürfen also, ich erinnere uns hier noch einmal, viel, viel achtsamer mit den Tricks des Ego sein. Das Ego versucht uns halt einfach immer wieder auszutricksen. Das ist sein Job. Dafür wurde es engagiert. Deshalb müssen wir auch gar nicht wütend sein oder genervt sein, sondern immer nur wissen, okay, das ist, wofür das Ego da ist. Ich kann es für mich nutzen oder ich kann Groll hegen und dann hat das Ego mich wieder benutzt. Und sei wirklich mega wachsam, weil das Ego möchte uns auch manchmal auf dieser Reise zurück nach Hause einreden, dass wir gar kein Ego mehr haben. Und ich bin schon bereits Schülern begegnet von einem Kurs in Wundern, die irgendwie in diesem Trugschuss leben, dass sie gar kein Ego mehr haben oder der Welt beweisen müssen, dass sie kein Ego mehr haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du dort bist, dein Ego dich besonders gut ausgetrickst hat und du gerade höchstwahrscheinlich blind bist dafür, wie viel Ego noch in dir steckt. Das Ego ist wirklich, wirklich ein Trickser. Und das ist okay. Aber rede dir bitte nicht ein, dass du weniger Ego hast, als du hast, weil da hat dich das Ego nochmal. Und vielleicht gibt es da auch so ein paar Ausnahmen auf dieser Erde. Seelen, die in einem menschlichen Körper stecken und wirklich fast egolos sind. Ich glaube, da gibt es welche von. Aber die meisten, die das sagen, dass sie es sind, sind es höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich sind sie nur gerade blind für die Tricks ihres Ego und möchten sich das einreden. Aber wenn jemand mir sagt, ich habe kein Ego mehr, ich bin total triggerlos, ist die Wahrscheinlichkeit für mich immer hoch, dass sie wahrscheinlich noch mega viele Trigger haben, aber blind dafür sind, weil das Ego sie mega gut ausgetrickst hat. Ich wiederhole deswegen noch einmal, sei wirklich wachsam mit deinem Ego. Das ist deine Aufgabe. Wachsam sein. Nicht sich einreden, ich habe keins mehr, sondern immer wieder deinen Geist switchen. Immer wieder, wenn das Ego dir irgendetwas anbietet, zu wissen, okay, das ist der Moment, wo ich wählen kann, wieder zu switchen oder dem Ego zuzuhören. Wenn du denkst, du hast kein Ego mehr, dann tu dir einfach den Gefallen und sag, ich bin aber auch bereit, falsch zu liegen, ich bin bereit, mich noch mal zu hinterfragen. Die Welt braucht dich, nämlich tatsächlich, wirklich in deiner Wachsamkeit für dieses Ego und in deiner Bereitschaft, deine Dunkelheit immer wieder und erneut zu hinterfragen, die Größe zu haben, zu sagen, oh wow, hier bin ich wieder meinem Ego auf den Leim gegangen, ich bin bereit, es neu zu sehen, ich bin bereit zu vergeben, Gott zeigt mir, wie diese Situation lichtvoll aussieht. Und dass wir immer wieder die Bereitschaft aufbringen, diese wahre Bescheidenheit und dieses Mitgefühl für diese menschliche Erfahrung nicht zu verlieren und dieses Mitgefühl auch für die menschliche Erfahrung deines Gegenübers nicht zu verlieren. Mensch sein ist manchmal wirklich verwirrend und dafür immer Mitgefühl hochzuhalten und immer wieder zu sagen, ich wähle für meinen Bruder und mich gerade eine höhere Perspektive, denn ich weiß, wie es ist, auszurutschen und zu fallen und zu stolpern und sich wehzutun. Ich möchte meinen Bruder und mich jetzt wieder im Licht wahrnehmen und nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, okay, du bist voll in der Dunkelheit, dich verurteile ich jetzt. Damit ist niemandem geholfen gerade, wirklich gar niemandem, egal, wer es gerade ist, ob das ein Politiker ist, ob das ein Bankchef ist, ob das irgendjemand anders ist, den wir gerade wirklich als dunkel empfinden. Es hilft nicht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Es hilft nur, das Licht anzuknipsen. Und ich glaube, wir überlassen Gott weiterhin die Aufgabe, unsere Brüder zu beurteilen, weil Gott beurteilt uns immer als gut. Er sieht nur unser Licht und wir, wenn wir wirklich wollen, dass wir einen glücklichen Traum anstelle von einem Angsttraum leben, dürfen es ihm gleich machen. Wir dürfen immer wieder versuchen, jeden unserer Brüder im Licht zu sehen. Wir haben tatsächlich die Aufgabe, diesen Prozess der Selbstklärung, diesen Prozess des sich Selbstvergebens schätzen zu lernen. Wir müssen nicht früher ankommen, als es der Deal war, den wir mit Gott ausgemacht haben. Wir müssen nicht vorgeben, egolos zu sein, sondern meine Erfahrung ist, es ist viel einfacher, einfach Wertschätzung und Mitgefühl für dich und deine Mitmenschen zu haben in diesem Prozess, weil dafür sind wir hier. Wir sind nicht hier, um zu sagen, oh, ich habe einen Kurs im Wundern entdeckt, bam, ich bin egolos, weil der Kurs sagt ja auch gar nicht, dass er für Egolose geschrieben worden ist, sondern für Menschen, die das Ego ablegen wollen. Also weiß der Kurs um unser Ego und auf dieser menschlichen Ebene um den Prozess, um diesen Zeitstrahl für sich zu nutzen, diese Selbstvergebung zu üben. Also jedes Mal, wenn wir Chaos sehen, haben wir die Möglichkeit, uns daran zu erinnern, dass wir machtvolle Seelen sind und dass Gott nicht möchte, dass wir die Dunkelheit umarmen, sondern gerade jetzt in diesem Moment noch mehr Licht zulassen. Ich weiß, manchmal hat man auch das Gefühl, dass diese Turbulenzen des Lebens eine Bestrafung sind, aber sie sind keine Bestrafung. Ich garantiere es dir. Sie sind immer nur eine Aufforderung, dich zu der Macht, die in dir ist, die Gott dort platziert hat, zu erwecken, die Stärke, die in dir ist. Wir werden immer wieder dazu aufgefordert, dieses Festklammern an dieser menschlichen Ebene endlich zu verlernen. Denn wenn wir hier alles zu ernst nehmen, wird das Leben echt schwerfällig und anstrengend und wir nehmen die Wunder nicht wahr, die dieses Leben tatsächlich für uns bereithält. Und ganz ehrlich, manchmal hilft es, einfach eine Pause zu machen, von dieser Arbeit sich selbst zu klären, sich selbst zu vergeben, sein Ego zu verstehen. Manchmal ist es auch einfach schön, ganz bewusst zu sagen, heute mache ich eine Pause von dieser wirklich wichtigen Arbeit als Wunder wirkender und ich genieße einfach mal einen wunderschönen Frühlingstag und die Sonne scheint und ich versuche an nichts zu denken und einfach nur mal aufzutanken. Auch das ist nötig und wichtig auf deiner Reise zurück nach Hause, während du diesen Prozess wertschätzt, dass du zurück nach Hause gehst. Auch das ist wichtig. Auch wir dürfen es uns erlauben, mal eine Pause einzulegen. Pause. Atmen in die Tiefe, in den Bauch hinein und dieses Wunder des Lebens einfach mal zu spüren. Also gönn dir auch gerne mal immer wieder eine Pause zwischendurch. Denn die Welt und die Menschheit mag zwar gerade wirklich sehr turbulent wirken, aber das kann dir in Wahrheit gar nichts anhaben. Denn in Wahrheit, das ist, was ich letztens gelesen habe, existiert 99% Licht und nur 1% Dunkelheit. 99% Licht und in dieser menschlichen Erfahrung haben wir uns auf diese Dunkelheit, auf diese 1% fixiert. Ist das nicht irgendwie ein spannendes Verhältnis? Und mit diesen sehr spannenden Gedanken, diese 99 versus 1%, lasse ich dich gehen. Danke, dass du heute wieder hier warst. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Pass bis dahin gut auf dich auf und danke für dein mutiges Herz. Deine Bärin.